Alle reden vom digitalen Wandel. Dabei ist Digitalisierung nichts Neues. Neu ist nur das Ausmaß der Vernetzung. Sie erfasst uns alle. Unsichtbar, allumfassend erzeugt sie Gegensätze. Sie beschleunigt Massen und ermöglicht dennoch Individualität. Verspricht ungeahnte Sicherheit und birgt neue Gefahren. Macht unseren Alltag einfach und gleichzeitig hochkomplex. 0 oder 1 – Digitalisierung als Gegensatz Lesen Sie mehr zum Thema Digitalisierung in der aktuellen Essential, dem Trendmagazin von Freudenberg Ceiling Technologies. Freudenberg – Innovating Together www.feyyaz.tv